Welcher Baufinanzierungstyp bist du? Gehört ihr eher zu der Sorte, die sagen, ich gehe volles Risiko? Oder seid ihr eher Teamnummer sicher? Nach diesem Video wisst ihr, welcher Typ ihr seid. Ja, so eine Baufinanzierung ist eine ganz, ganz individuelle Sache. Deswegen Tipp Nummer eins. Lasst euch im Vorfeld auf jeden Fall beraten und zwar nicht von eurer Hausbank, sondern von jemand unabhängigem. Zum Beispiel vom Baufinanzierer Hüttich & Rumpf. Der arbeitet nämlich mit rund 300 Partnerbanken zusammen und bevor ihr dann aus diesem riesigen Pool euer Angebot bekommt, findet ihr erst mal zusammen mit den Beraterinnen und Beratern von Hüttich & Rumpf raus, was ihr überhaupt braucht und welche Finanzierung am besten zu euch passt. Und das bringt uns jetzt zu den drei Finanzierungstypen. Finanzierungstyp Nummer eins. Ihr geht auf Nummer sicher. Ihr wollt ganz genau wissen, was bei der Finanzierung auf euch zukommt? Dann seid ihr ein klassischer Fall für ein Volltilgerdarlehen. Das heißt ganz konkret, beim Abschluss eurer Finanzierung kennt ihr schon die Zinsen und die Monatsraten für die komplette Laufzeit. Am Ende des Volltilgerdarlehens habt ihr euren Kredit dann komplett abbezahlt. Das hängt aber natürlich davon ab, wie viel ihr monatlich aufwenden könnt und je nachdem dauert es länger oder kürzer. Volltilgerdarlehen laufen nicht selten 20, 30 oder sogar mehr Jahre. Und genau wegen dieser langen Zinsbindungsfrist sind sie teurer als Darlehen mit kürzerer Zinsfestschreibung. Hat ein Volltilger Darlehen jedoch dieselbe Zinsbindung wie ein normales Darlehen, also zum Beispiel 20 Jahre, dann ist das Volltilgerdarlehen trotzdem günstiger aufgrund der höheren Tilgung. Ein weiterer Nachteil ist die fehlende Flexibilität. Sondertilgung oder Ratenwechsel sind nur in geringem Maße oder gar nicht möglich oder wenn, dann nur gegen eine Gebühr. Allerdings könntet ihr den Kredit nach zehn Jahren ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung kündigen und euch nochmal umorientieren. Eine Alternative wäre das sogenannte Annuitätendarlehen, meist mit einer Zinsbindung von 10, 15 oder 20 Jahren. An dessen Ende bleibt aber meist noch eine Restschuld, für die ihr dann auch wieder eine Anschlussfinanzierung braucht. Und genau das ist das gewisse Restrisiko, das der Sicherheitstyp abwägen muss. Ja, die Entwicklung der Zinsen, die kann man für die nächsten Jahre vielleicht ganz gut schätzen, aber eben niemals hundertprozentig voraussagen und schon gar nicht für so eine lange Zeitspanne wie zehn Jahre oder mehr. Trotzdem ist das Annuitätendarlehen mit langer Zinsbindungsfrist auch für den Typ Sicherheit sehr attraktiv. Und auch nicht ohne Grund ist es die Darlehensform, die am häufigsten gewählt wird. Kommen wir nun zu Finanzierungstyp Nummer zwei. Das heißt, ihr braucht eure Freiheiten. Sicherer Job, planbare Zukunft, ja nicht nur Corona hat uns allen doch gezeigt, dass in der Zukunft so einiges Unvorhersehbares passieren kann. Ja und das Unvorhergesehene, das muss ja nicht mal was Negatives sein. Stellt euch vor, ihr habt eine große Summe Geld oder ihr bekommt Nachwuchs, dann wäre es doch ganz schön, wenn man flexibel reagieren kann. Und genau daran solltet ihr auch bei Vertragsabschluss eurer Baufinanzierung achten, denn im Nachhinein sind diese Dinge dann gar nicht mehr so einfach zu ändern. Stellt euch jetzt mal vor, das Geld wird knapp und ihr möchtet eure Tilgung vermindern oder in Extremfällen sogar komplett aussetzen und die monatliche Rate reduzieren. Oder dann haben wir natürlich noch den anderen Extremfall. Ihr bekommt auf einen Schlag eine Menge Geld, wollt dann eure Tilgung erhöhen, um das dann als Sondertilgung einzusetzen, um so dann schneller schuldenfrei zu sein. Ob und wie oft solche Änderungen oder Sonderzahlungen möglich sind, das ist meistens von Bank zu Bank unterschiedlich. Am besten ihr besprecht das im Vorfeld mit euren Beraterinnen und Beratern, damit eure Wünsche nach Flexibilität in jedem Fall berücksichtigt werden. Finanzierungstyp Nummer drei. Ihr habt wenig Eigenkapital, aber viele Wünsche. Ihr wollt bei den momentan niedrigen Zinsen auf dem Immobilienmarkt zuschlagen, aber ihr habt nicht so viel Eigenkapital? Die Faustformel, die weiterhin gilt, die Kaufnebenkosten, die sollten aus Eigenkapital finanziert werden. Aber manchmal reicht das Gesparte selbst dafür nicht. Deswegen müsst ihr der Bank schon einiges an Sicherheiten bieten, damit es mit der Immobilie klappt. Einen tadellosen Schufa-Eintrag und ein hohes, langfristig sicheres Gehalt zum Beispiel. Dann ist auch die sogenannte Vollfinanzierung möglich. Bei der Vollfinanzierung, da gewährt die Bank ein Darlehen in Höhe von 100 oder 115 Prozent wegen der Kaufnebenkosten. Die Kaufnebenkosten, die könnt ihr auch über spezielle Kredite finanzieren, die einige Banken anbieten. So eine Vollfinanzierung erkauft ihr euch aber immer durch höhere Zinsen. Und die anfängliche Tilgung, die sollte drei bis vier Prozent betragen, sonst braucht ihr ewig fürs Abbezahlen. Wenig Eigenkapital muss also kein Hindernisgrund sein, aber auch hier gilt wie immer, lasst euch in Ruhe beraten und wirklich genau schauen, ob ihr euch die Finanzierung langfristig leisten könnt und sie auch stemmen könnt. Und habt ihr es rausgefunden, welcher Finanzierungstyp ihr seid? Klar, so einfach kann man die Frage gar nicht beantworten, denn es gibt natürlich ganz viele Zwischenstufen. In jedem Fall ist eine Baufinanzierung immer eine ganz, ganz individuelle Sache. Und das war's von uns für heute. Hier findet ihr das nächste Video. Klickt mal rein, abonniert uns gerne und ansonsten, tschüss, melden wir uns nächste Woche wieder. Ciao.